Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. So Leute, hallo, wir machen heute wieder einen Fahrfilm und zwar wollen wir euch den kombinierten Verkehr ein bisschen vorstellen. Wir haben jetzt die ersten Gelenktaschenwagen von Rocco gekauft und zwar jeweils zweimal die 77394 und zweimal die 77397. Das ist jetzt erstmal ein kurzer Zug, aber der wird jetzt mit der Zeit auch länger. Aber wir wollen euch diesen kurzen Zug jetzt trotzdem schon mal zeigen, dass ihr euch schon mal eine Vorstellung habt, wie das ungefähr aussieht. Vorgespannt haben wir einen modernen Vectron, wie es halt auch für die Epoche passend ist. Ja, viel Spaß damit, Like und Ablo nicht vergessen. Ciao! Ja, viel Spaß damit, Like und Ablo nicht vergessen. Ja, viel Spaß damit, Like und Ablo nicht vergessen. Ja, viel Spaß damit, Like und Ablo nicht vergessen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hoffe es hat euch gefallen, dann lasst ein Like da und abonniert, das wäre fein. Ciao!